Punkte im Schnitt, also, heute deutlich drüber. Schon wirklich, wobei es ja noch so ausgeglichen ist, aber, naja, ich werde sehen, was ich heute mache. Oh, schwer! Heute musst du es nicht unbedingt machen, Niklas. Nächster Dreier Ben auch? Du magst ja eh nicht so. Vielen Dank, das ist nicht mein Ding. Oh, da ist er! Erik Pendling, Stiefel suchen mit meinen Kids in der Bernauer Innenstadt. Ein schönes Angebot, der best ausmacht. Schnelles Spiel, Dunkings, Dreier. Und der erwähnte Fall auch noch das Potenzial, uns verbessern zu können. Er wird es uns verzeihen. Ja, auf jeden Fall. Ja, das... Oh. Ein Spiel. Und da war er ja offensiv-rebound. Ja, wir sehen jetzt, wofür Ende steht. Super. Und natürlich speziell an die weibliche Jugend auch, die wir auch mitbetreuen. Karpenner mit Dreierschwert. Wahrscheinlich sehr überrascht, dass er auf einmal so frei ist am Korb stand. Schöner Pass. Warnermann. Schöner Pass. Untertitelung des ZDF, 2020